Das neue Dragon Ball Xenoverse ist da und Spielhersteller Namco Bandai legt diesmal die Messlatte besonders hoch. Zum ersten Mal können nämlich die Spieler das Action-Abenteuer auch auf den Next-Gen-Konsolen erleben. Dragon Ball Xenoverse bietet mit seinem neuen Gameplay spannende Kämpfe zwischen Son Goku und seinen schlimmsten Feinden wie Vegeta, Freezer und Cell sowie viel mehr. Dazu können Spieler im neuen Teil der Serie sogar ihren eigenen ganz individuellen Dragon Ball Charakter erstellen und mit ihm epische Kämpfe erleben. Entwickelt wurde das Spiel übrigens von dem japanischen DIMS Studio, welches unter anderem auch für Super Street Fighter 4 verantwortlich war. Dragon Ball Xenoverse ist für die Next-Gen-Konsolen Playstation 4 und Xbox One, deren Vorgängern und auch auf Steam erhältlich.